Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode der Flowgrade Show und heute habe ich Klaus Ulbricht zu Gast und wir sprechen über Lichtatmung, Holotropesatmen und Farbentherapie und diese Themen sind mir auch noch gar nicht so lange zugänglich und ich kam damit das erste Mal auch in Berührung durch Klaus. Ich war hier bei einer Session Holotropenatmen und war absolut fasziniert davon. Also ich ging da raus und mein kompletter Geisteszustand hat sich wirklich verändert und deswegen wollte ich dich auch unbedingt hier im Podcast haben, weil dieser Zustand war für mich so ähnlich wie so ein erhöhter Geisteszustand, den wir Flow nennen und die Flowgrade Show geht um Flow und deswegen herzlich Willkommen in der Show. Vielen Dank, dass du da bist. Dankeschön, danke dir. Klaus, vielleicht fangen wir so an. Ich habe dich eigentlich als Schamane kennengelernt. Was bedeutet die Bezeichnung Schamane? Mit dem Wort geht man heute ein bisschen vorsichtiger um, weil die meisten Leute stellen sich draußen einen Schamanen vor wie jemanden, der sich Federn in die Haare steckt und mit Rasseln und Trommeln rumrennt und irgendwie ein Ritual vortanzt wahrscheinlich und im modernen Schamanismus geht es tatsächlich um was anderes und da geht es eigentlich um das, was das Wort Schamane eigentlich aussagt. Das Wort Schamane gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja wie so ein Gattungsbegriff wie Tempotaschentuch oder wie Styropor. Das sind so Markenbegriffe, die dann ganze Kategorien beschreiben und die einzigen Schamanen, die es gibt, die sitzen in Tungusien, also in Sibirien, die heißen Schamanen. Alle anderen heißen anders. Also die Mexikaner heißen Nahual, bei den Kelten hießen sie Owaden und bei den Indianern hießen sie Medizinmänner, entsprechend übersetzt dann. Aber das Wort Schamane gibt es eigentlich gar nicht. Das wird nur jetzt benutzt, weil das eben so schön zusammenfasst. Und Schamane heißt eigentlich nichts weiter als sehen zu können. Das ist der, der sehen kann und das heißt, dass der in der Lage ist, für sich und für andere halt in diese sowohl die alltägliche Realität als auch die nicht alltägliche Realität zu reisen, um dort halt Informationen einzuholen, Dinge zu verändern, Dinge zu korrigieren, dort zu arbeiten, mit diesen Informationen weiterzuarbeiten. Und das sagt eigentlich das Wort Schamane aus. Sehen zu können und für andere auch dann entsprechend sehen zu können. Wahnsinn. Ja, ich kannte diese Erklärung noch überhaupt nicht. Und jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, wie kamst du dazu? Wie bist du ein Schamane geworden? Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, denn ich habe das über einen Geschäftsfreund, mit dem ich vor vielen Jahren zusammengearbeitet habe, bekommen. Der erzählte mir auf einmal so, er hat eine schamanische Ausbildung gemacht und er hat eine schamanische Unternehmensberatung. Ich dachte so, hä, schamanische Unternehmensberatung, was soll das sein? Und habe dann einfach mal zugehört und auch mal seine Leute kennengelernt und kam dann mit, dass es aber eigentlich darum ging, dass man bestimmte Themen versucht, auf eine andere Art und Weise zu sehen, also einfach Perspektive zu verändern. Das heißt, auch Bewusstseinsebene zu verändern, dass man eben halt nicht nur in dieser grobstofflichen Welt, in der hier Welt arbeitet, sondern eben halt auch in eine Welt reingeht, die sehr feinstofflicher ist, wo man eben halt mit anderen Techniken arbeitet, wo man andere Werkzeuge zur Verfügung hat, andere Fragen stellen kann, auf eine andere Art und Weise fragen kann. Und ich glaube, weil allen kein besseres Wort eingefallen ist, dafür haben sie es Schamanismus genannt. Und man bedient sich heute dieses Begriffs Neonismus. Ich glaube, es ist ein Schamanismus, was aber genauso hilflos eigentlich ist, weil es gibt keine guten Worte dafür. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir alle gerade zu tun haben, ist tatsächlich Worte zu finden, die mit den Menschen da draußen wieder zu tun haben und mit denen wir uns auch verständlich machen können. Bisher ist das Wort Schamane eben halt eher verbunden mit diesen indianischen Ritualen, mit sehr viel Folklore, mit sehr viel dem nepalesischen oder dem peruanischen Schamanismus, also mit bunten Tüchern und mit solchen Dingen hier halt so bunte Schals und alles ist ganz, ganz wunderhübsch folkloristisch. Aber eigentlich ist das in den verschiedenen Kulturen auch vollkommen anders betrieben. Ich zum Beispiel habe mich ausbilden lassen in einer Mischung aus peruanischem und nepalesischem Schamanismus über zwei Jahre. Da habe ich eigentlich sehr diesen folkloristischen schamanischen Teil gelernt, sehr viel mit Trommeln. Also die Trommeltrance hat eine große Rolle gespielt. Und all die ganzen in allen schamanischen Disziplinen halt vorhandenen Tools oder Techniken wie Seelenrückholung oder Seelenleite. Bei den Kelten gab es halt die Seelenleite, wo halt die Verstorbenen ins Jenseits geführt wurden. Oder Seelenrückholung ist halt auch eine Sache, die dann in der modernen Psychologie wieder eine Rolle gespielt hat, wo man eben halt sagt, man sammelt verlorengegangene Anteile eines Menschen wieder ein. Das gibt es seit 20.000, 30.000 Jahren, das Konzept. Das sind alles, was wir heute in der Psychologie haben, alles Remakes. Alles Remakes von schamanischen Praktiken. Und die unterschiedlichen Traditionen, die da vor 20, 30.000 Jahren begonnen haben an völlig verschiedenen Orten der Welt, ohne sich zu kennen, ohne sich zu sprechen, ihre Technik zu entwickeln, haben alle das Gleiche gemacht. Die haben sich alle gesagt, es gibt diese Welt und irgendwo gibt es vermutlich noch eine andere Welt. Und diese andere Welt teilen wir mal auf in oben, unten und die Mitte. Oben war das Übersinnliche, unten war so das Unterirdische, das Erdige, das Unterbewusstsein. Und in der Mitte war halt dann so die beseelte Natur. Und jeder hatte andere Worte für gehabt, aber im Großen und Ganzen war das überall das Gleiche. Und das ist heute immer noch so, da hat sich nichts geändert. Außer, dass die Worte nicht mehr funktionieren. Und wenn wir heute rausgehen und jemandem sagen, ich bin Schamane, dann wird man so ein bisschen mitleidig angeschaut, meistens, und wird dann so in diese ESO-Ecke gedrückt und gesagt, naja, dann wünsche ich dir weiter viel Spaß damit. Aber die haben tatsächlich heute kein Verhältnis dazu. Wir brauchen ein neues Verhältnis dazu. Absolut. Ja, ich glaube auch wirklich, die Leute denken, es ist so ein Wuh-Wuh, würde man sagen heute. Und derweil, also auch in unserem Bereich Biohacking, hat der Schamanismus durchaus seinen Platz. Und auch teilweise wirklich in der Wissenschaft. Also es sind ja wissenschaftliche Elemente, die da auch einfließen. Also zum Beispiel, ich würde sagen, Meditation geht ja auch schon in den Bereich hinein. Gibt es denn so ein Framework, verschiedene Unterbereiche, die du benennen kannst, die wirklich zum Schamanismus gehören? Also Unterbereiche im Sinne von Disziplin eigentlich nicht. Aber was es gibt, ist natürlich, es gibt verschiedene Techniken. Und die meisten davon sind Trance-Techniken. Das heißt also auf die verschiedenen Art und Weisen, die man in eine mehr oder weniger tiefe Trance eigentlich geraten kann. Und zwar entweder der Schamane oder sein Klient. Das wird immer so ein bisschen verwechselt. Die meisten, die heute sich mit schamanischen Ritualen beschäftigen, die denken, sie müssten sich selber in eine Trance weit wegschicken. Und dann erleben sie da eine schamanische Reise oder was auch immer. Das kann man natürlich tun. Aber in den meisten Gesellschaften und Traditionen ist es der Schamane gewesen, der gereist ist. Der Schamane hatte seinen Assistenten, er hat getrommelt, um halt diese Trance zu erreichen. Der Schamane hat sich halt hingelegt, hat Kontakt zu diesem Klienten, Patienten, wie man das nennen mag, aufgenommen und ist dann für ihn gereist. Und hat dann Informationen bekommen, die er dann umgesetzt hat. Hat ihm also zum Beispiel diesen Seelenanteil mitgebracht von der Reise oder hat ihm eine Information mitgebracht, wie er sich verhalten sollte. Das ist so die zentrale Technik, ist immer die schamanische Reise gewesen. Man würde heute sagen, eine Trance-Reise, man könnte sich das wie eine geführte Meditation vorstellen, außer dass man eben halt tatsächlich keine Stimme hört, die einen führt, sondern man fühlt sich im Grunde genommen selbst. Und alle weiteren Techniken leiten sich im weitesten Sinne davon ab. Das heißt, der Trance-Zustand wird genutzt, um bestimmte über- oder außersinnliche Wahrnehmungen zu haben. In diesen außersinnlichen Wahrnehmungen gehe ich halt in Räume, die ich normalerweise nicht betreten kann. Also kann man sich auch wieder vorstellen, wirklich buchstäblich wie einen großen, leeren Raum oder eine Bühne, die man betritt und auf der man eben halt dann bestimmte Dinge auch wieder erleben und erfahren kann. Und je nachdem, was man für ein Thema mitgenommen hat oder was für ein Thema man eigentlich gerade bei sich trägt, bekommt man eben halt verschiedene Antworten. Ist jetzt zum Schamanen zu gehen, würdest du es jedem empfehlen oder braucht eine Person eine gewisse Symptomatik oder vielleicht ein Grundproblem, um Schamanen aufzusuchen? Oder ist das etwas, das jeder machen sollte oder machen kann? Also ich glaube, dass sowieso viel mehr Menschen schamanisch arbeiten, als sie wissen. Das heißt, also wir haben hier gar nicht mehr die Frage, da gibt es diesen einen Typen, der ist Schamane oder geht man ab und zu mal hin, sondern viele Menschen arbeiten bereits ohne, dass sie es merken, miteinander auf eine schamanische Art und Weise. Wir sind also viel näher am Alltäglichen, als dass das jetzt irgendeine exponierte Persönlichkeit sein müsste. Und wenn ich eine Wahrnehmung habe, eine Intuition habe, eine übersinnliche Wahrnehmung von meiner gegenüberliegenden Person habe, dann bin ich bereits in dieser Idee von schamanischem Arbeiten. Muss ich aber nicht so benennen. Das heißt, ich lasse mich nur einfach anders ein. Und ich glaube, im Vergleich zu vielen magischen Techniken ist die schamanische Technik eine, die viel mehr Menschen eigentlich schon quasi per se zugänglich ist. Also ich würde mal sagen, man muss sich nicht das jetzt so vorstellen, dass es da einen Arzt gibt und da geht man hin und lässt sie dann da behandeln, sondern das sind im Prinzip Menschen, mit denen man einfach, wenn man selber schon eine bestimmte Idee von Dialog hat oder eine Idee von Austausch hat, kann man sich mit denen auf einer anderen Ebene unterhalten. Man steigt also ganz woanders ein. Und wenn man sich mit Themen beschäftigen möchte, die halt eben, sagen wir mal, in einem Raum stattfinden, der normalerweise von den anderen Menschen nicht betreten werden kann, dann lässt man sich mit diesen Menschen halt ein und bespricht mit denen halt die Sachen auf eine Art und Weise, die man normalerweise nicht besprechen kann. Wahnsinn. Aber das zentrale Tool ist wirklich dieser Trance-Zustand. Also es ist sozusagen, es führt darauf hinaus, dass man diesen Trance-Zustand nutzt, um an seinen Problemen zu arbeiten oder auf eine nächste Ebene zu kommen, Projekte vielleicht auch schneller durchzuführen, Sachen zu lösen für sich selbst. Also die Trance, heute nennen wir es Trance, damals war das eben halt diese sogenannte nicht alltägliche Realität in allen Kulturen, ist im Grunde genommen eigentlich die Idee, dass man sich in eine andere, feinere Bewusstseinsebene begibt. Man kennt das heute viel aus der Meditation. Man kennt das auch aus anderen, sagen wir mal, phylolytischen Zuständen, in denen man eben halt, in die man im Sport reinkommt oder in die man halt bei, wenn man viel tanzt oder singt reinkommt. Also all diese ekstatischen Zustände. Und das ganze Thema Ekstase und Trance liegt da sehr nah beieinander. Also das, was der Körper halt eben dann wirklich auf einer biochemischen Ebene macht, plus dem, wo das Bewusstsein sich auf einmal befindet. Also wo mein Geist sich eigentlich dann hinbewegt hat. Man sagt ja, Materie sei Licht auf halber Geschwindigkeit. Und entsprechend kannte man das ungefähr so sagen, dass wenn man sich in diese Trance-Zustände reinbewegt, dass man sukzessive die Geschwindigkeit der Materie so ein bisschen erhöht. Und je mehr man das erhöhen kann, desto lichter wird das. Und desto mehr verliert das diese grobstoffliche Struktur und desto mehr sind Dinge möglich, die vorher nicht möglich sind. Und das ist natürlich jetzt sehr im übertragenen Sinne zu sehen. Also ich glaube nicht, dass wir uns da in der Lichtgeschwindigkeit irgendwie annähern können. Aber wenn wir meditieren und wenn wir in diese Trance-Zustände gehen, dann passiert etwas auf der grobstofflichen Ebene, was tatsächlich eine Möglichkeit gibt, auf einmal Dinge wahrzunehmen und mit Dingen umzugehen, die man vorher eigentlich gar nicht zugänglich hatte. Super. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fast bei dem Thema Lichttherapie und Lichtatmung. Und ich wollte noch einen kleinen Zusatz dazu sagen, weil wir haben ja auch vorher über den Flow-Zustand gesprochen. Und das ist ja wirklich unser Konzept. Und deswegen finde ich dieses Thema auch so enorm interessant, weil ich glaube, da sind enorm viele Überschneidungen da. Und ein großer Trigger, ich befasse mich auch viel mit Triggern für diesen Flow-Zustand, die hauptsächlich auch momentan noch aus, ich würde sagen, einem Leistungssport kommen. Extremsportler haben diesen Zustand vermehrt. Und man vermutet oder derzeit die Projekte, die daran forschen, dass eben zum Beispiel auch Lebensgefahr oder physische Gefahr ein großer Trigger ist, um in diesen erhöhten Geistenszustand zu gelangen. Nun gibt es allerdings eben auch andere Methoden. Man muss sich nicht immer Lebensgefahr aussetzen. Es gibt auch, aus meinem Bereich kommt andere, indem man zum Beispiel Sachen ausblendet und sich komplett auf ein Thema fokussiert. Das ist ein Weg. Und jetzt möchte ich einsteigen in die Themen oder die Disziplinen, mit denen du dich am meisten beschäftigst, um diesen Trance-Zustand hervorzurufen. Und vielleicht fangen wir an mit der Lichtatmung. Was bedeutet denn Lichtatmung oder holotropes Atmen? Zunächst mal zu deiner Frage, was diese wesentlichen Zustände sind. Das ist einmal tatsächlich die Fokussierung, also die Konzentration. Das kann man über die Meditation erreichen, indem man sich ganz ehrlich auf ein Mantra fokussiert, auf etwas, was keine Bedeutung hat, wo man im Grunde genommen ganz mit sich selbst ist, ganz mit sich allein ist. Das Zweite ist der Zustand von Ekstase. Das heißt, wenn man sich also wirklich pusht, das kann über Sport passieren, über Tanz passieren, über Gesang passieren, über alles diese Praktiken, die man eben halt tun kann, um seinen Körper auch mit einzusetzen. Und die Atmung verbindet das eben. Also diese sogenannte Lichtatmung, so nennen wir das, ist im Grunde genommen abgeleitet aus zwei großen Atemtherapieformen. Das ist einmal das holotrope Atmen. Das ist ein geschützter Begriff, deswegen kann man damit nicht so frei umgehen. Wir können also kein holotropes Atmen machen, sondern holotropes Atmen gehört also der Groff Foundation. Das ist also ein geschützter Begriff, wo Ausbildung gemacht wird über viele Jahre, die hunderttausende von Euro kosten, eigentlich ganz, aber schon sehr teuer sind. Und es gibt halt den verbundenen Atem von Rüdiger Dahlke, aber beide haben die Idee, dass man sich eben halt mit diesem Atem gezielt beschäftigt, also man fokussiert auf den Atem und hyperventiliert dabei aber, sodass man eben halt in diesen ekstatischen Zustand kommt. Also die Mischung aus Fokussierung und ekstatischem Zustand bringt einen dann in diesen Raum, wir nennen den eben halt diesen Lichtraum, wo wir eben halt dann sagen, auf einmal bekommt man halt diese Wahrnehmung, dass man merkt, dass das System letztlich sich in einen Zustand gebracht hat oder wir selber das System in diesen Zustand gebracht haben, wo wir Dinge wahrnehmen können, die wir vorher nicht wahrnehmen konnten. Jetzt kann man sich halt die biochemische Seite angucken, man kann sich die psychologische Seite angucken und bei jeder dieser Aspekte kommt eben halt raus, dass man sich in einen tatsächlich völlig neuen Bewusstseinszustand verbracht hat, der im Grunde dem der Meditation sehr ähnelt und halt viel tiefer ist, also man fällt in eine viel tiefere Trance. Ist das denn, ich hatte ja auch die Erfahrung, als ich es hier gemacht habe in der Gruppe, dass ich, als ich am Ende die Augen geöffnet habe, den Eindruck hatte, es ist ganz hell und dann öffne ich die Augen und es ist dunkel. Warum ist das so? Warum hat man dieses Gefühl, dass es so hell ist? Ist das tatsächlich ein physiologischer Prozess oder vielleicht auch hängt das zusammen mit, dass es kommuniziert wird als Lichtatmung? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Wir haben nur immer wieder Situationen erlebt, wo uns Menschen in den Atmungen gesagt haben, Mensch, und dann war der Moment, wo du dann kamst und es mit den Taschenlampen in die Augen geleuchtet habt, das hat zu mir so unglaublich gefallen, das war so ein toller Effekt. Da habe ich gesagt, wir hatten keine Taschenlampen. Also das scheint auch da auf der physiologischen Ebene was zu passieren. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt. Das müsste man mal erforschen. Wir haben dazu auch jetzt vor ein paar Monaten begonnen, eine Studie aufzusetzen. Das heißt, wir erforschen gerade diese ganze Atemidee, dass wir halt sagen, wir machen mit Testgruppen unterschiedliche Settings von Atmung, schauen uns dabei an, wie sich diese Menschen in diesen Atmungen einmal rein subjektiv fühlen, gucken uns aber auch objektive Messwerte an, gucken uns Gehirnfunktionen an, gucken uns Blutwerte an, gucken uns davor und danach bestimmte Körperfunktionen an und so weiter, um halt auch mal rauszubekommen, was passiert denn eigentlich wirklich? Für die Zuhörer jetzt, die noch überhaupt keine Vorstellung haben, was jetzt genau stattfindet, kannst du ganz kurz mal sagen, wie beginnt so eine Lichtatmung und welche verschiedenen Prozesse werden durchlaufen? Also im Grunde genommen setzen wir diese Lichtatmung so auf wie ein schamanisches Ritual. Das heißt, ein Ritual ist dadurch gekennzeichnet, das heißt ein Anfang und ein Ende. Das heißt, wir beginnen damit, dass wir wirklich die Gruppe einsammeln, dass wir einen Raum kreieren, in dem diese Gruppe halt wirklich auch sein kann, die Menschen miteinander sein können, denn wenn man sich in solche Prozesse rein bewegt, hat das sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn der Raum nicht vertrauensvoll ist, die Menschen nicht miteinander kontakten oder nicht klarkommen, dann passiert gar nichts. Dann ist Vorbehalt da, dann ist irgendwie Krampf da und wir suchen erstmal eine Situation oder kreieren eine Situation, die das möglich macht. Wir geben jedem den Raum, sich quasi nochmal für einen Augenblick vorzustellen, anzukommen, zu landen. Im Schamanischen würde man jetzt die Talking-Stick-Runde dazu sagen. Es kann aber auch als Check-In bezeichnet werden, dass man einfach nochmal sagt, alles, was noch zu sagen ist, raus damit, um wirklich anzukommen, um sich als Teil einer Runde zu fühlen. Wir machen dann ein bisschen Körperübungen, also das heißt, das sind yogische Übungen, die halt so ein bisschen tatsächlich Oberkörper befreien, die Bewegungsfähigkeit der Brust und des Unterkörpers im Prinzip eigentlich herstellen, dass man immer wirklich frei und voll und tief atmen kann. Und schicken dann die Atmer für einen Zeitraum von einer bis anderthalb Stunden in eine musikalische Dramaturgie. Das sind unterschiedliche Settings, die können entweder ganz schnell losgehen oder langsam reinschweben und dann zu einem Plateau kommen, wo es dann ganz schnell ist und ganz überbaut und dann langsam wieder abfallen. Und die sind einerseits dazu da, dass man eben halt langsam diesen Zustand aufbaut oder eben halt schnell, je nachdem, was man für ein Thema hat. Und in diesen Räumen, die man dann schnell oder langsam kreiert, eben halt sich aufhalten und arbeiten kann. Die Musik ist dabei einerseits Vorgabe des Rhythmus, der Atemgeschwindigkeit, andererseits aber eben halt auch Teil der Suggestionsarbeit, die dabei stattfindet, nämlich, dass man bestimmte emotionale Prozesse antriggert, dass man halt versucht, besonders traurig, besonders fröhlich, aggressiv, wütend, also bestimmte wirklich starke Emotionen herzustellen. Mit der Musik. Über die Musik, über die Musik und teilweise auch durch Reinsprechen in die Gruppe, dass man eben halt nicht nur auffordert, immer wieder voll und tief zu atmen, sondern eben halt tatsächlich auch reingibt, wie geht es deinem Herz. Reinfragt und einfach auch tatsächlich versucht, damit bestimmte Prozesse zu unterstützen. Im Holotropenatmen ist das so ähnlich. Da sind diese Atemsettings eben halt über mehrere Stunden, über drei Stunden. Und da ist es dann so, dass ein Patient, in dem Fall ist es wirklich eher ein Patient, zumindest nach meinem Verständnis, mit seinem eigenen Gegenüber, seinem Sitter, zusammenarbeitet und die Idee, wenn jemand in seine Prozesse kommt und nicht weiterkommt und festhängt und irgendwelche Blockaden spürt, gibt der Sitter noch mehr Druck rein. Das heißt, er geht wirklich drauf und drückt körperlich auf diese Person, um halt ihn so lange tatsächlich auch zu maltretieren, würde ich sagen, bis halt eben auch dann das ausbrechen kann. Das muss nicht immer so sein, aber das ist eine Technik. Und wir machen das eben halt sehr viel subtiler. Das heißt, wir gehen in dem Moment, wo sich jemand in seinen Prozessen festhängt, versteckt, wieder mal, wie er das so oft vielleicht schon vorher gemacht hat, eingegraben oder verlaufen hat, gehen wir sehr vorsichtig rein. Wir gehen da nämlich entweder rein, indem wir tatsächlich mit Körperarbeit, das kann halt eben aus der Greenbergs, das kann aus dem geistigen Heilen sein, halt eben einfach energetisch reinzugehen, indem wir dann wirklich Hand auflegen oder indem wir wirklich nur versuchen, ihn ein wenig in Bewegung zu setzen. Oder wir machen das eben halt über Aura Soma. Das ist ein farb- und olfaktorisches Konzept, wo man eben halt die mit diesen jeweiligen Farben verbundenen Aspekte an diesen Menschen in dem Moment weitergibt. Das heißt also, könnte man sich so vorstellen, man hat 30 verschiedene Farben. Jede Farbe wäre im Grunde genommen ungefähr den Chakren zugeordnet. Und wenn ich jetzt jemanden habe, dem partout was im Hals steckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dem in seinem Kielchakra unter Umständen auch mit einer Blaufarbe helfen kann, sehr groß. Das ist mal ganz verkürzt dargestellt. Und da gibt es eben halt eben verschiedene Konzepte, die man anwenden kann, wo man eben halt Menschen dabei unterstützen kann, in ihren Prozessen selber klarzukommen, ohne dass ich direkt eingreifen muss. Das finde ich super spannend. Und das hatte ich ja auch miterlebt. Du hast ja auch hier verschiedene Farbentöne jetzt. Für die Zuhörer, die nur hören, die sehen das jetzt nicht. Aber hier am Boden liegen kleine Fläschchen, würde ich sagen. 30 Stück von verschiedenen Farben. Und dieses Thema von Farbentherapie, das ist für mich auch noch relativ neu. Und es geht aber darum, dass Farben verschiedenen, ist es Eigenschaften oder Emotionen zugeordnet werden in dem Falle? Oder wofür steht eine Farbe? Also die Farben selber sind eigentlich Gesamtkonzepte, die bestehen aus, oder die wenden sich im Grunde genommen an bestimmte Themen. Das heißt also, wenn man jetzt mal, das sind zwei Teile aufteilt, diese 30 Farben, die wir vor uns liegen haben, das sind die sogenannten Pomanda und die Quintessenzen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Aurasoma-Arbeit, eigentlich der, der für die therapeutische, zumindest von meinem Verständnis, der therapeutische Arbeit sich am besten einsetzen lässt. Dann hat man auf der einen Seite diese sehr kraftvollen, grobstofflichen Pomanda, die mit ihren, sagen wir mal, sehr prägnanten Farben schon ziemlich genau dieser Chakrenenergie zugeordnet sind. Also wenn ich jetzt hier irgendwie einen Gelbton nehme, dann ist der mit Sicherheit, hat er mit Themen verbunden, die sich mit Emotionen beschäftigen, mit Leichtigkeit beschäftigen, die halt dann auf diesem Sonnengeflecht, also auf dem dritten Chakra zum Beispiel arbeiten. Und wenn ich einen Orange nehme, hat das mit Sicherheit was mit dem zweiten Chakra zu tun, also mit allem, was sich mit Lebensfreude, mit Leidenschaften beschäftigt zu tun hat. Kann aber auch ein Teil Schockauflöser-Konzept sein, sprich, dass man eben halt in diesem Chakra zum Beispiel hinterlegt oder eingefangene oder eingeschlossene Schocks eben halt lösen kann. Und so kann man sich eben halt über diese Farben auch durch diese Chakrenebenen durcharbeiten. Diese Quintessenzen, die etwas leichteren Farben, die du jetzt auch da auf der linken Seite sehen kannst, ist im Grunde genommen ähnlich, nur die befinden sich für uns eher auf einer feinstofflicheren Ebene. Das heißt, wir sind hier ähnlich, wie ich es beim Schamanischen vorhin gesagt habe, wir haben hier die untere und die obere Welt, also die grobstofflichere, die unterirdischen, die tatsächlich groben und körpernahen Themen. Und wir haben die etwas weniger körpernahen Themen, die sich in diesen etwas, sagen wir mal, dem physischen Körper entfernteren Welten eigentlich aufhalten, aber eben halt den längeren Hebel auch darstellen, weil sie halt eben tatsächlich auf einer Ebene wirken, wo halt eben der Körper in seiner untersten Struktur halt eben am allerwenigsten eigentlich bewegen kann. Wow. Jetzt, sagen wir mal, jemand würde Kraft brauchen oder würde es zusammensacken während so einer Lichtatmung. Welche Farbe würdest du dann verwenden? Also aus der schamanischen Sicht gucke ich mir immer erstmal an, warum sagt der zusammen? Sagt der zusammen, weil er erschöpft ist, weil er eine lange, anstrengende Woche hinter sich hat? Sagt der zusammen, weil er vielleicht einfach schlichtweg keine Verbindung mehr zu seinem Wurzelschakra hat und sowieso schon die ganze Zeit geflogen ist und keine Verbindung mehr hat? Und wenn er jetzt, sagen wir mal, ausgelaugt ist von der Woche, dann würde ich ihm wahrscheinlich Magenta geben und würde versuchen, das System wieder quasi mit einer Energie aufzuladen, die tatsächlich einfach regenerierend ist. Und bei dem Rot, das ist eher so eine vitalisierende Energie, die bestärkt sein Wurzelschakra. Die würde ihm also eher dann die Art von Energie geben, dass er danach wahrscheinlich lange Zeit nicht schlafen braucht oder nicht schlafen kann. Wow, das ist wirklich super spannend. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, was ist denn eigentlich ein Chakra? Also die Chakrensysteme, beziehungsweise der Mensch, man sagt, dass der Mensch sich in seiner energetischen Darstellung, in seiner zweiten Körperebene, dem Ätherkörper, über Chakren darstellt. Das heißt, wir haben unten den physischen Körper und in der nächsten Ebene, dem Ätherkörper, kann ich diese Chakren halt messen. Das sind Energiewirbel, die für die verschiedenen Bereiche des Körpers stehen und die drehen sich in eine bestimmte Richtung und haben eine bestimmte Farbgebung. Und da gibt es halt in der Welt zig verschiedene Chakrensysteme, wobei sie eigentlich ein Chakrasystem, also in der Darstellung, als das, was man halt im weitesten Sinne aus dem Indischen kennt, durchgesetzt hat, eben halt diese sogenannten sieben Chakren, also die vom Wurzelschakra bis zum Kronenchakra, durchgängig im Grunde genommen sowohl bestimmte Körperthemen, als auch bestimmte mental-emotional-Themen eigentlich darstellen. Und man sagt, dass ein Mensch jeweils alle sieben Jahre ein Chakra quasi aufbaut. Also jemand, der 49 Jahre alt ist, hat eben halt sieben Jahre lang sieben Chakren aufgebaut. Der ist dann fertig. Also ich habe jetzt in fünf Tagen Geburtstag. Dann habe ich meinen 49. Geburtstag, meine sieben Chakren aufgebaut und habe dann wahrscheinlich endlich mal einen vollständigen Zustand erreicht. Und dann gibt es eben halt noch einen Haufen Nebenschakren, die befinden sich in den Gelenken, Schulter, Ellbogengelenk, Handgelenke, Wutgelenke. Also die sieben Hauptchakren, die befinden sich als Wurstelschakra, befinden sich jetzt wirklich an der Wurzel, quasi im Schritt, im Genitalbereich. Das zweite Chakra ist dann das Sakralchakra, also das, was eben halt für Lebensfreude, Sexualität steht. Das befindet sich halt ungefähr zwischen Bauchnabel und Geschlecht. Dann gibt es eben halt das Sonnengeflecht, das dritte Chakra, das ist gelb. Das steht halt für sämtliche Themen, die sich mit den Emotionen beschäftigen, die aber auch Lebensfreude, Leichtigkeit eigentlich bedeuten. Ich habe dann das Herzchakra, das ist mit den Farben Grün und Rosa verbunden. Das ist halt Grün gleichzeitig, aber auch für Raum, für sich öffnen zu können. Rosa, die Farbe der Liebe, kennt man ja, ist ja schon sehr, sehr bekannt als Farbe. Dann haben wir das Kehlchakra, das ist hellblau. Alles, was Ausdruck angeht, alles, was sich äußern, Kommunikation angeht. Ich habe mit dem dritten Auge dunkelblau, habe da die Farbe der Feinfühligkeit, der Sensitivität und auch der übersinnlichen Wahrnehmung. Und ich habe mit Violett das Kronenchakra, also auf dem Kopf oben habe ich die Farbe, die halt eben mir die Verbindung zu allem, also die Öffnung für alles um mich herum eigentlich darstellt. Und dann habe ich, wie gesagt, Schultern, Ellbogen, Handgelenke, Hüftgelenke, Knie, Knöchel, wo ich dann meine Nebenchakren habe. Im Grunde hat auch jedes Organ nochmal eigene Chakren, die man abfragen kann. Die könnte man genauso mitbehandeln und genauso nachfragen und sagen, was fehlt dir, was möchtest du gerne haben, wie gehst du da rein? Und jemand, der schamanisch arbeitet, hat irgendwann dafür ein Gespür oder einen Blick und weiß halt eben dann, was er in ein System oder an einer bestimmten Stelle fast wie Akupunktur auch reingeben kann. Das wollte ich gerade fragen, ob es da einen Zusammenhang gibt mit der Akupunktur. Also ich würde mal sagen, ich verwende das tatsächlich eher wie Akupunktur. Das heißt, ich habe mir inzwischen über die vielen Jahre, die ich das benutze, eher eine Technik angewöhnt, wo ich diese Düfte nicht mehr grundsätzlich einsetze. Also ich gebe die nicht mehr weiter und sage, mach die mal in dein gesamtes Energiesystem, sondern ich setze die sehr gezielt ein. Das heißt, ich überprüfe halt ganz genau, welche Farbe wohin, vielleicht sogar wie oft und in welcher Menge eigentlich gehört und der Effekt ist tatsächlich nochmal ein anderer. Das heißt, man kann das generell als eine Art von Anwesenheit einer Idee betrachten. Das heißt, jemand nimmt das mit, trägt es bei sich, hat das dann bei sich und hat eben halt dann auch dieses Thema anwesend. Oder halt eben, man gibt eine kleine Portion, vielleicht einen Tropfen auf eine bestimmte Stelle und der Effekt ist tatsächlich der, dass sich wirklich Dinge auflösen. Ich habe da so die abenteuerlichsten Dinge schon erlebt. Ich habe selber überrascht, was man machen kann. Und es gab da so ein schönes Beispiel, ein Freund von mir, der sein Leben lang eigentlich immer Probleme hatte mit Tabletten schlucken. Er hatte also immer so eine Phobie vor Antibiotika-Tabletten. Und immer wenn er dann seine Vitamin D-Präparate zum Beispiel geschluckt hat, dann war das für den ein Problem, die runterzuspüren. Das ging einfach nicht. Und irgendwann war mir das wirklich zu blöd. Und dann habe ich gesagt, du, lass uns mal kurz gucken, vielleicht finden wir einen Weg, dass dir das irgendwie erleichtert wird. Und dann habe ich mich hingesetzt mit ihm und habe dann tatsächlich ausgependelt, welche Farbe auf welche Körperstelle gehört. Und war dann ganz überrascht, dass ich eine konkrete Farbe auf eine ganz konkrete Körperstelle bekommen habe. Auch nach mehrmaligem Nachpulfen dachte ich mir so, okay, probiere ich aus. Und dann habe ich mir tatsächlich einen Tropfen von einer bestimmten Orasoma-Farbe auf seinen Scheitel gemacht, auf einen bestimmten Punkt seines Scheitels gemacht. Und nicht nur, dass er in dem Moment, er hatte ja noch die Tabletten im Mund, die direkt runterschlucken konnte, sondern er schrieb mir am nächsten Tag aus dazu, ich habe gerade im Zug gesessen, habe gerade meine zweite Portion Vitamin D3 genommen und es ist weg, es ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo es hin ist, aber es ist nicht mehr da. Was auch immer passiert ist, Placebo, Orasoma, was auch immer, ist egal. Weil die Schamanen sagen, was heilt hat Recht. Und wie auch immer das zustande gekommen ist, es scheint zumindest ein Weg gewesen zu sein, wie man eben halt dieses Thema auflösen kann. Wahnsinn, das ist ähnlich, was die Bayer-Hacker sagen. Die Bayer-Hacker sagen, alles ist Feedback. Und wenn etwas funktioniert, dann ist das Feedback. Wahnsinn, also ich finde das wirklich total spannend. Vielleicht, ich möchte nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und vielleicht kannst du ganz kurz auch über die Geschichte dieser zwei Themen sprechen, also nur wo die herkommen und wie sie wieder jetzt, sagen wir mal, in unserer westlichen Welt irgendwie an Bedeutung gewonnen haben. Weil ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade wieder so eine Welle, so ein Trend passiert. Du meinst die Orasoma-Geschichten. Genau. Also die Orasoma-Geschichte ist eine, die in England in den 80er Jahren entstanden ist, von einer Frau namens Vicky Wall. Und Vicky Wall sagt mal nach, dass sie die Rezepturen für die ersten Fläschchen gechannelt bekommen hat. Kann man sich jetzt seinen Teil zu denken, ist aber auch egal. Rausgekommen ist ein Konzept von inzwischen, ich glaube ich, knapp 120 Farbfläschchen, die in verschiedenen Farbkombinationen im Grunde genommen Lebensthemen spiegeln, die man über sogenannte Readings wie eine Art Orakeltechnik im Prinzip lesen kann und kann die dann anwenden, entsprechend halt auch therapeutisch anwenden. Und es gibt halt wundervolle Farbkombinationen. Jede für sich steht für einen eigenen gesamten Themenkomplex. Und diese Flaschen sind halt dazu, dass jemand die persönlich anwendet. Das ist das eigentliche zentrale Orasoma-Konzept. Und drumherum hat sich aber eine Welt noch kreiert, in der wir einerseits diese sogenannten Pomander und Quintessenzen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, haben, die man auch als Therapeut anwenden kann. Diese Flaschen, die du eben gezeigt hast, also diese zweifarbigen Flaschen, die soll man normalerweise nicht aus der Hand geben. Man sagt denen nach, dass die meine Energie halt eben entsprechend speichern. Deswegen sollten die nur von denjenigen angewendet werden, die sie auch für sich benutzen, während die anderen eher als Therapeutika zu sehen sind. Und das habe ich dann irgendwie 1991, habe mir das meine damalige Freundin im Studium, ich habe damals Design an der Kunsthochschule studiert, und wir haben angefangen, rumzuexperimentieren mit allen möglichen Sachen. Und dann brachte sie mir so einen ganzen Stapel von diesen Flaschen und sagte so, das müssen wir mal ausprobieren. Und wir haben das dann sehr intensiv eingesetzt. Also wir haben viel Weißes auch als Sommer eingesetzt, um Räume zu klären, um zum Beispiel für kreative Prozesse bestimmte Räume vorzubereiten. Oder wir haben Orange eingesetzt, um tatsächlich eben halt bestimmte Aspekte von Euphorie, Lebensfreude zu triggern und so weiter. Also da gab es halt ganz verschiedene Sachen. Wir haben sehr viel Türkis eingesetzt, wenn es darum ging, wirklich kreativ zu arbeiten, wenn kreativer Ausdruck wichtig war, haben wir halt diese Türkistöne halt sowohl in der Gestaltung, als eben halt auch als Aura-Sommer-Essenzen angewendet. Und so war dann diese Korrelation zwischen dem, was wir im Farbdesign gelernt hatten, plus dem, was halt diese Flaschen mitgebracht haben, war so intensiv, dass wir irgendwann gemerkt haben, dass da wirklich mehr hinter steckt. Und so habe ich das über die Jahre halt eben dann tatsächlich immer mehr und mehr und mehr in meine Arbeit eingebaut. Eigentlich nicht drüber gesprochen, das war immer so sehr im Verborgenen. Das war also kein Präsentationskonzept, wo ich jetzt gesagt hätte, Mensch, hier guckt mal, was ich hier Tolles mache, sondern ich habe es immer einfach nur benutzt für mich. Ich habe das verschenkt, habe das abgefüllt und mal jemandem was mitgegeben, also hier probieren wir dies, probieren wir das aus. Bis dann eben halt vor ein paar Jahren wirklich ich gemerkt habe, dass es ein starkes Therapeutikum ist. Und das ging dann so weit, dass ich vor drei Jahren, nachdem die Desensibilisierungstherapie bei meinem Sohn für seinen Heuschnupfen nicht angeschlagen hat, hier sage ich, jetzt reicht es mir, jetzt mache ich das selbst. Und habe dann einfach ihn mit Aurasoma, in dem Fall viel mit Türkis unter anderem behandelt, einfach schlichtweg in diesem Jahr zum ersten Mal erlebt, dass er keinen Heuschnupfen mehr hatte. Quad Era Demonstrandum. Wahnsinn. Also ich finde die Geschichte total faszinierend. Und wie kann man sich das denn genau vorstellen, wenn du sagst, du setzt eine Farbe ein in einem Raum, um ihn vorzubereiten. Wie ist da genau der Prozess? Also öffnest du das Fläschchen und verbreitest den Duft? Weil ich, also das ist zum Beispiel etwas, womit ich jetzt gerade noch ein Problem habe, das zu kombinieren. Es ist ja zum einen, glaube ich, wirklich sensorisch olfaktorisch, also der Geruch, zum anderen die Farbe der Sicht sind. Wie verhalten die sich zueinander? Also ich sage immer am liebsten dazu, wichtig ist immer die Anwesenheit einer Idee. Das, was du dir sehen kannst oder nicht sehen kannst, ist eigentlich ganz egal. Menschen stellen sich Blumen in einen Raum oder einen Stein oder legen eine Musik auf. Das sind alles Sachen, die man nur an bestimmten Stellen, in bestimmter Art und Weise wahrnehmen kann. Musik verteile ich nicht im Raum, die verteilt sich eigentlich selbst. Und es gibt ja auch im Schamanischen wiederum sehr viele Konzepte zum Clearing von Orten, von Räumen, wo halt eben tatsächlich Räucherungen eingesetzt werden, um Räume zu reinigen. Also wenn ein Raum irgendwie verpestet ist, kann man sich jetzt auf energetischer Ebene vorstellen, hat irgendwas stattgefunden, was da nicht hätte stattfinden sollen, dann kann man diesen Raum ausräuchern. Man sagt auch das Wort ausräuchern, kennt man ja auch so aus dem Umersprachlichen. Dann geht man da rein, nimmt Salbei zum Beispiel, dann nimmt irgendwie Palo Santo und räuchert diesen Raum mal so richtig durch. Salbei ist zum Beispiel ein gutes Mittel, um wirklich auch schwere Energien aus dem Raum rauszuräuchern. Mit dem Aurasoma verhält sich das ähnlich, nur dass das Aurasoma eher eingesetzt wird, um Räume wieder aufzuladen. Das heißt also, man nutzt dann einen quasi vorbereiteten, geräucherten Raum und gibt dann eben halt diesen Duft einfach in diesen Raum rein, verteilt den, fächern den rum oder mich besprühen nur einfach jemanden damit ein oder lassen es einfach nur rumstehen. Das hat einfach diesen Effekt, dass man das sehr subtil wahrnimmt. Und unsere menschlichen Sinne sind ja eher grob, die kriegen davon nur einen bestimmten kleinen Teil mit, nämlich diesen tatsächlich olfaktorischen Teil, eventuell den sensorischen, also den Farbaspekt, aber den tatsächlichen energetischen Teil, den können wir mit diesen wenigen Sinnen, die wir da, sagen wir mal, bewusst zur Verfügung haben, nicht wahrnehmen. Aber wenn ich mich dann in einen Zustand begebe, in dem ich mehr Sinne zur Verfügung habe, also nicht mehr nur die basalen, die groben, sondern eben halt diese feineren Sinne habe, dann wirken diese entsprechenden Mittel und diese entsprechenden Düfte halt eben nochmal auf einer anderen Ebene. Das heißt, man stellt die Anwesenheit einer weiteren Idee schlichtweg fest. Ist auf einmal da. Oder man merkt halt, dass bestimmte Sachen nochmal leichter gehen, dass bestimmte Konzepte anwesend sind, die vorher nicht anwesend waren. Dann ist das Beispiel jemand, der halt in einem Prozess, in der Lichtatmung festhängt und sich so richtig krampft und quält, weil er irgendwas nicht überwunden bekommt, immer wieder die gleichen Gedanken denkt, immer wieder sich darin festrennt. Dann geben wir da ganz gerne auch schon mal ein bisschen Gelb rein. Ich sage immer reingeben. Heißt also, man sprüht in diese Richtung, fächert das ein bisschen ein oder gibt es demjenigen auf die Hand und sagt, hier, gib das mal in dein Feld, atme das mal ein. Und das hat oftmals dann den Effekt, zumindest habe ich das dann immer wieder feststellen können, dass sich die Dinge irgendwo erleichtern. Das mag jetzt auch hier wieder ein Teil der Suggestion sein, das mag ich gar nicht beurteilen, aber auf jeden Fall findet es statt, immer wieder. Und diese Effekte nutzen wir halt und da wir das jetzt seit vielen Jahren machen, wissen wir natürlich auch entsprechend, welche Farben und welche Farbwelten sich eben halt wie rauswirken können. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig mit der Idee eines Therapeutikums. Wir haben hier tatsächlich eben halt Unterstützung. Und der eine nimmt die eben halt stärker, der andere weniger stark wahr, so wie das eben halt bei manchen Menschen ist, die sehr stark auf ihr Sehen fixiert sind, aufs Riechen fixiert sind. Manche können das eben halt ganz anders auch wahrnehmen oder haben dafür eine viel größere Affinität. Und da funktioniert das viel schneller oder viel stärker. Ich fand vor allem faszinierend, du hast ja diesen einen Versuch gemacht, wo du die Farbe hinter deinem Rücken hattest und die Person gefragt hast, welche Farbe glaubst du denn, habe ich dir gegeben? Und die Person hat das erraten. Ich glaube, es war hellblau in dem Falle. Und alle im Raum, man sehr, sehr überzeugt auf einmal. Ja, es ist sehr erheiternd, weil es ist tatsächlich eben halt, die Idee bleibt weiter anwesend. Und wenn man die Augen schließt, dann hat man tatsächlich manchmal auch wirklich diese Farbbilder vor Augen. Also dass dieser Duft oder diese Energie, die man dann wirklich in seinem Feld verspürt, eben halt auch dann diesen Farbaspekt mit sich bringt. Also das ist dann einfach halt da. Das ist wie der andere Gero, auch wenn man dem halt, man riecht irgendwas und weiß sofort, ah, Hund. So weiß man dem halt da, ah, hellblau. Das ist tatsächlich auf einer, wahrscheinlich sogar sehr basalen Ebene einfach schon vorhanden. Wahnsinn, faszinierend. Jetzt sind wir wieder zurück bei der Runde und die Leute atmen intensiv und bekommen hin und wieder Hilfe, wie du sagst, durch Auflegen von Händen, durch Farben. Was andere noch physiologische Erscheinungen sind, die ich auch erfahren habe, ist, dass sich zum einen die Hände in Pfötchen wandeln und der Mundspitz wird. Was genau passiert denn da nochmal genau? Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, wir versuchen jeden, der atmet, eigentlich so lange wie es geht, ganz alleine klarkommen zu lassen. Bevor wir tatsächlich physisch an diesen Körper gehen, also die Hände auflegen, kommt erst die Farbe. Also erst wenn das tatsächlich eben halt, sagen wir mal, noch nicht seine Wirkung zeigt oder wenn wir glauben, dass das eben halt eine Unterstützung sein kann, dann gehen wir wirklich mit den Händen auf, dieses System. Und legen halt eine Hand irgendwo und geben halt dann auch nochmal die Idee einer Farbe quasi über die Hand mit rein. Das ist ein Teil des geistigen Heilens, was wir ja auch alle gelernt haben, wo wir halt eben auch mit Farben genauso arbeiten. Wenn wir jetzt in diesen Runden erleben, dass Menschen bestimmte Körperreaktionen haben, das können also nicht nur körperliche Reaktionen, können auch emotionale Reaktionen sein. Also Menschen können Angst bekommen, Menschen können aber mal ganz wild anfangen, zu lachen oder zu schreien oder tatsächlich dieses, was du festgestellt hast, diese Pfötchenstellung der Hände, dass die sich einrollen. Das sind tatsächlich, ich würde fast sagen, so eine Art Übersprungshandlung des Systems. Man würde jetzt im Übertragenen sagen, da staut sich irgendwas, was sich dann entweder impulsiv wieder löst. Das heißt, bei vielen löst sich dann auch diese Pfötchenstellung auf einmal spontan wieder, dass die weg, dass es wie, als wenn das dann abgeflossen wäre. Und so wie das eben halt auch bei Menschen ist, die da sitzen, auf einmal tatsächlich spontan losschreien oder spontan loslachen oder auf einmal aufstehen müssen. Das ist wie so eine Explosion, die halt da ist. Die chemischen Hintergründe kann ich tatsächlich jetzt gar nicht so im Detail darlegen. Das hat was mit der veränderten Chemie im Blut zu tun, die durch das extreme Abatmen natürlich zu tun hat. Das überlasse ich dann bei der Erklärung lieber den, welche... Das werde ich schon dann meine Aufgaben. Genau. Dann darfst du das gerne nachtragen. Also da gibt es tatsächlich, auch in den Studien, die wir haben, gibt es relativ viel, gibt da viel Literatur drüber, auch was eben halt in der Hyperventilation passiert. Was ich aber eigentlich da sehe, ist, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten oder eigentlich alle Menschen, unglaublich viele Strategien besitzen, sich von dem abzuhalten, was eigentlich für sie gut ist. Ja, und auch dann diese körperlichen Effekte, die da passieren, sind für mich auch nur Aspekte, die mir versuchen vorzugaukeln. Ich müsste mich jetzt auf was anderes konzentrieren. Ja, da sitze ich nicht richtig oder der Nachbar ist zu laut oder wir schlafen die Beine ein oder die Hände sind krumm oder die Nase fängt an zu kribbeln oder der Mund wird spitz oder da kommt eine Idee oder eine Emotion. Es ist ganz egal. Es sind immer nur Versuche, mich davon abzuhalten, mich ganz auf mein Atmen zu konzentrieren. Denn wenn ich in dieser Schleife bleibe und sage, ich bleibe bei meinem Atem, ich bleibe dabei, dass ich mich wirklich darauf konzentriere, nur tief und voll ein- und auszuatmen, dann kann ich in diese Prozesse kommen. Dann komme ich in diese erweiterten Bewusstseinszustände. Und alles andere sind trainierte Ablehnungsmanöver, in denen wir wirklich hoch trainiert sind. Und da hat jeder seine eigenen Welten. Der eine ist halt sehr körperlich, der andere eher emotional und der nächste halt eben halt euphaktorisch vielleicht. Das heißt, auch auf jeden Fall hat das unterschiedliche Effekte. Also man geht heraus und ich hatte ja auch zum Beispiel die Erfahrung, dass über die nächsten Tage ich auf einem unterschiedlichen Zustand war. Also meine Gedanken und auch meine Emotionen waren definitiv auf einem anderen Level, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist dann über Zeit aber wieder abgeschwächt. Ist es denn so, gibt es auch bleibende Veränderungen oder ist es dann immer so, dass man das wieder erneuern muss, wieder erneut die Blockade durchbrechen muss? Also wir sagen immer so ein bisschen salopp dazu, dass Lichtatmung ist so wie Müll wegbringen. Also wenn du wieder Müll ansammelst, dann musst du auch wieder Müll wegbringen. Aber schön wäre natürlich, wenn man, nachdem man einen riesigen Haufen Müll mit einer ordentlichen Arbeit weggearbeitet hat, sich auch bewusst wird, wie das gekommen ist, dass man diesen ganzen Müll angehäuft hat. Deswegen ist für uns eben halt im Unterschied auch zu allen anderen Therapeutika oder allen anderen Atemkonzepten die Integrationsarbeit danach so wichtig. Das heißt, wir versuchen halt eben sowohl an dem Abend dann noch oder in den jeweiligen Atemsessions darüber zu sprechen, wie kam es denn dazu, was hast du denn da für Dinge erlebt, wo kommt das denn her, wie hast du es denn erfahren oder was hat denn dazu geführt, dass du so viel von diesem Krempel angehäuft hast, um halt eben zu vermeiden, dass es wieder so diese Prozesse gibt, die halt dann diese Geschichten anhäufen. Manchmal sagt man so salopp, dass so ein Atemabend eben halt auch einem schon mal ein, zwei Jahre Psychotherapie ersparen kann, weil es verfestigt eigentlich eher. Und hier ist es eher so, wie wenn man unter Wasser eine luftgefüllte Kugellust ist, die ploppt eben halt dann hoch und ploppt aus der Oberfläche raus. Wenn man dann eben halt dem Impuls, den man normalerweise hat, wieder steht, sich das zu schnappen und wieder runterzudrücken und einfach das gehen lässt, dann sind die Dinge, die da so hochgeatmet wurden, tatsächlich irgendwann wirklich weg. Und wir haben halt viele, viele Sitzungen gehabt, wo Menschen davon berichtet haben, dass bestimmte Sachen, die sie bisher wirklich dramatisch empfunden haben, einfach schlichtweg zwar noch für sie existieren, aber dass sie nicht mehr nachvollziehen können, warum sie sie so schlimm gefunden haben. Was auch immer da passiert sein mag, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Wahrnehmung und die Perspektive auf die Dinge sich stark verändert hat. Das ist Wahnsinn. Ja, also es ist wirklich auch für mich eine Erfahrung gewesen, die ich so in der Form, glaube ich, noch nicht hatte, auch in der Gemeinschaft nachher. Das fand ich enorm wichtig. Du bereitest das ja auch vor und das wäre jetzt auch die nächste Frage, weil ich halte diese Betreuung für essentiell, so wie ich es erfahren habe. Gibt es denn Möglichkeiten, schon eine Art von Lichtatmung zu praktizieren, wenn man bei sich jetzt alleine sitzt und das mal ausprobieren will? Klar, also das ist ja letztlich, es gibt ja völlig verschiedene Herangehensweisen. Was man im Prinzip rein technisch gesehen tut, ist, man hyperventiliert über einen bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Dramaturgie und Geschwindigkeit. Das kann man natürlich auch alleine machen, da spricht überhaupt nichts gegen. Schön ist immer, wenn man jemanden dabei hat, der sich ein bisschen um einen kümmert. Das ist sowieso hilfreich, weil dann fühlt man sich meistens etwas wohler und etwas sicherer, weil man eben halt wirklich sich auch fallen lassen kann und der andere eben halt aufpasst. Wenn es eine große Gruppe ist, kann man zusätzlich noch die Gruppendynamik mit aufnehmen. Also in der Gruppe hat jeder für jeden was dabei. Das merkt man so in der Mitte der Atmung, dann fängt der eine irgendwo an zu jammern, der nächste lacht und dann wird der davon motiviert und dann entstehen so bestimmte Dynamiken in der Gruppe auch. Das hat man, wenn man alleine atmet, natürlich nicht. Aber es ist tatsächlich so wie das andere Atomkonzept, zum Beispiel der verbundene Atom von Dahlke. Das sind alles Konzepte, die man natürlich auch alleine praktizieren kann und vielleicht auch sollte, wenn man das möchte. Man muss sich immer fragen, was möchte man? Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass diesen Gruppenraum zu kreieren und diese Situation auch halten zu können und miteinander zu halten und miteinander festzustellen, dass man sich auch in so eine Gruppe tatsächlich fallen lassen und sich öffnen kann, ist für viele Menschen einfach ein wesentlich entscheidenderer Faktor, als an seine eigenen Themen ranzukommen. Das heißt, die Themen findet man meistens noch, aber eben halt auch diese Themen dann in einer Gruppe auch wirklich loslassen und gehen lassen zu können, darüber zu sprechen, das einfach auch weggehen zu lassen, ohne dass es zu so einer Stuhlkreissituation kommt, wo man sich eben halt in so einer Psychotherapiesitzung befindet. Dem Ganzen also so was ganz Selbstverständliches, was Einfaches zu geben, was man aus so Freundeskreisen eben halt auch eher kennt. Das ist was Besonderes und ich glaube, das macht auch den Hauptunterschied zwischen dieser Idee von Lichtatmung und diesen ganzen anderen Konzepten aus. Eine Sache, die Leute immer so ein bisschen erschreckt, ist dieses Hyperventilieren, weil man kennt ja auch Fälle, wo Hyperventilieren eben dazu führt, dass man zum Beispiel bewusstlos wird und Leute erschreckt das immer so. Kannst du denen so ein bisschen den Schrecken an diesem Hyperventilieren nehmen? Naja, die Hyperventilation, die man da so kennt, die kommt ja eigentlich nicht von irgendwo her. Die hat ja meistens, ist die Bestandteil von was anderem, also meistens von Angstzuständen, von Panikattacken, und die haben ja ganz andere Grundstrukturen nochmal. Das heißt also, man hat ja nicht nur einfach irgendwie mal hyperventiliert, sondern man befindet sich ja bereits in einem, sagen wir mal, Zustand, in dem nicht mehr nur die Hyperventilation wirkt, sondern eben halt auch alle anderen Aspekte mitwirken. Wenn man das gezielt aufbaut, hochfährt, auf einem bestimmten Niveau weiterführt und dann langsam wieder abbaut, dass die Körperchemie quasi mitkommt, dass man weiß, man macht das bewusst versus Hyperventilation, die unbewusst passiert, weil sie quasi über einen hereinbricht, dann merkt man mal, was Bewusstsein und Bewusstheit für einen gewaltigen Unterschied ausmacht. Eine bewusste, schnelle Atmung ist zwar auch eine Hyperventilation, aber da ich sie selber auslöse, da ich sie selber führe und da ich sie ganz bewusst ausführe, habe ich einen vollkommen anderen Effekt. Das ist der Effekt von Bewusstheit, von Achtsamkeit und da kann man wieder hervorragend merken, was ein und dasselbe Mittel aus verschiedenen Perspektiven für vollkommen andere Wirkungen haben kann. Total interessant, das erinnert mich gerade an, das habe ich leider gerade nicht an, aber ein Kumpel von mir aus den USA hat, einen Bluetooth-Elektroschocker entworfen, den man verbinden kann auch an seinem Computer, zum Beispiel, wenn man eine ungewollte Webseite aufmacht, Facebook, und will sich davon abhalten, dann kriegt man einen kleinen Stromschlag. Und interessanterweise, da gibt es auch eine Studie mit Rauchern allerdings, die sich im Englischen Self-Administered Pain zufügen, also über dieses Elektroarmband, also beim Rausziehen der Schachtel, sich schocken, Zigarette in den Mund stecken, schocken, einen Puff, schocken und so weiter. Und das ist, glaube ich, bis heute immer noch eine der erfolgreichsten Experimente, mit dem Rauchen aufzuhören, eben durch den Fakt, dass die Bestrafung selbst zugeführt wird. Also das ist anscheinend essentiell. Also das hat mich jetzt nur an erinnert, dass es wirklich einen enormen Unterschied macht, macht man es absichtlich oder macht man es ungewollt. Und deswegen ist es auch so, dass wenn man seinen Hund bestraft und nicht unmittelbar und der Hund nicht weiß, warum, dann ändert sich das Verhalten auch nicht. Aber wenn man, und das ist eben so umgekehrt, das ist nochmal so eine Anekdote. Ja, vielleicht dazu ganz kurz. Ich glaube, dass man sich schon immer gut überlegen muss, ob Konzepte über Straf oder Belohnung funktionieren. Und in dem Fall ist unser Konzept eher eins, was über Belohnung funktioniert, weil man tatsächlich eben halt instant, also wirklich tatsächlich im selben Moment erfährt, was das für einen Unterschied macht und was eben halt der Unterschied zwischen ich falle in was rein und kann es nicht ändern und fühle mich furchtbar versus ich tue etwas ganz bewusst und gezielt und merke auf einmal meine Möglichkeiten und meine Potenziale. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn ich mir vorstelle, dass sich Menschen mit einem Elektroschmacher davon abhalten zu rauchen, kann man natürlich machen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Belohnungssysteme gäbe, die auch basal und auch, sagen wir mal, rein von der Gesamtwahrnehmung eines Menschen nachhaltigeren Effekt haben könnten als Angst. Angst ist ein sehr unvorteilhaftes Mittel, um Menschen zu etwas zu bringen. Konditionierung an sich ist ja gut und schön, sehr klassisch. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, mir das Rauchen abgewöhnen möchte, dann kann ich das natürlich machen, indem ich mir irgendwie ein Nagel durch die Hand haue oder ich könnte auch sagen, ich finde etwas, was mir erklärt, warum ich diese Sucht fröne und finde etwas anderes, was mir hilft, mich mit meinen Süchten an sich zu beschäftigen. Das ist eben mal zwei, drei Meter Ebenen höher, aber die Menschen trauen sich halt unter anderem Schnell und nicht dahin oder sie kennen es noch nicht, weil sie noch zu sehr auf diesen basalen, unteren, grobstofflichen Ebenen eigentlich verhaftet sind. Dafür ist Achtsamkeit und die Arbeit in diesem Bewusstseinsraum halt eben ganz heilsam, wenn man da eben halt Antworten bekommt, die man vorher nicht bekommen hätte. Das finde ich total cool gerade und deswegen möchte ich da gleich nochmal einsetzen. Jetzt sagen wir mal, wir haben Zuhörer, die wollen unbedingt beim Rauchen aufhören und es fällt ihnen unglaublich schwer. Hättest du einen Tipp, wie sie das überkommen können? Also ich glaube, das fängt damit an, dass man sich bewusst wird, dass man raucht. Ich glaube, dass das vielen schon gar nicht mehr bewusst ist. Es ist zwar noch ein Genuss, es ist noch da, aber es ist nicht mehr bewusst. Dann würde ich sagen, jemand, der rauchen möchte, soll unbedingt rauchen. Also wenn man wirklich rauchen möchte, sollte das auch tun, weil dann scheint das ja irgendwie einen Sinn und einen Nutzen zu haben. Wenn er aber nicht mehr rauchen möchte, dann sollte er sich bewusst machen, ich möchte nicht mehr rauchen und sollte anfangen, sich mal zu fragen, was er damit eigentlich kompensiert. Das ist natürlich jetzt Oberstufenwissen. Man hat sich hier nicht mit, man bewegt sich hier eigentlich in einem Feld, wo man eigentlich nicht über Rauchen reden müsste, sondern man müsste über die Frage reden, was ist eigentlich der Grund dafür, dass man sich mit irgendetwas ausschaut, was einem nicht gut tut, weil offensichtlich tut es einem nicht gut. Was überkompensiert man damit? Ich kann nur sagen, man sollte sich viel mit Dingen beschäftigen, die einem Spaß machen, man sollte viel Zeit und Raum für Dinge verwenden, in denen man halt einfach sich selbst und die Dinge, die einem wirklich gut tun, leben kann. Und dann haben die anderen Dinge irgendwann nicht mehr den Platz, den sie sich bis dahin eingenommen haben. Und wenn es um Genuss geht, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von Genuss und von Dingen, die in Maßen passieren, dann sollen die das wirklich gerne tun. Also keiner muss mit dem Rauchen aufhören, keiner muss mit dem Fleischessen aufhören, keiner muss mit dem Trinken aufhören, solange es eben halt bewusst und als Teil von der eigenen Fürsorge und Seelsorge stattfindet. Finde ich total interessant. Jetzt bin ich gleich beim Thema, nämlich bei dir, kleiner Schriftwechsel, weil das würde mich jetzt auch interessieren, wenn du dich enorm gestresst fühlst oder in einer stressigen Situation, ich nehme an, das kommt hin und wieder mal vor vielleicht, was ist denn so deine unmittelbare Strategie, um dich herauszuhieven aus so einem Loch? Ich hatte mal eine Phase, wo ich wirklich mehr gestresst war, als ich mir das gewünscht habe. Und in dieser Phase habe ich tatsächlich nicht gewusst, was ich tun soll. Da bin ich dem sehr ausgeliefert gewesen. Ich habe dann versucht, sehr viel mich um Ernährung zu kümmern. Ich habe sehr viel gebadet. Ich habe sehr viel Musik gehört. Ich habe sehr viel einfach nur schlichtweg mich darauf konzentriert, mir bestimmte Affirmationen zu sagen. Eine davon war, ich bin jetzt hier. Das ist eine wunderschöne Affirmation, die einem wieder klar macht, man ist noch in einer Lebenssituation, die einem irgendwie gesund ist. Und irgendwann war ich dann da raus wieder, wie auch immer, und habe dann einfach beschlossen, dass ich mir die ganzen Sachen, die mir dann nicht einfallen, in so einem Moment einfach mal aufschreibe. Und dann habe ich mir damals ein, ich nannte das in der Erste-Hilfe-Büchlein gemacht, so einfach, wenn das klingen mag, und da standen dann Sachen drin, wie welche Musik höre ich dann eigentlich gern. Weil Menschen in Ausnahmesituationen, gerade wenn sie gestresst sind oder sagen wir mal, wenn über den Stresspunkt hinaus, gerade bei Panik, gerade bei diesen typischen sogenannten Burnout-Symptomen, da weiß man nicht mehr, was einem gut tut. Da hilft es auch nicht, wenn man sich davor wie präpariert hat und weiß, ja, Meditation tut, das ist dann weg alles, das ist nicht mehr da. Da macht es dann Sinn, sich einen Spickzettel zu schreiben und zu sagen, wie war das denn nochmal, welche Musik höre ich denn nochmal ganz gern. Ich höre sehr viel Musik dann, für mich ist Musik halt ein unglaublich starkes Mittel, deswegen setze ich das auch gerne in der Atmung ein. Für mich ist eben halt schlichtweg meine Zeit mit Menschen dann zu verbringen, wo ich weiß, dass sie mir gut tun oder wo ich auch spüre, dass sie mir gut tun. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Gemeinschaft ist ein wichtiger Teil für mich und für mich ist Baden tatsächlich ein wichtiger Teil. Und ich muss gestehen, ich rühre mir dann auch schon mal ein etwas ausführlicheres Auer Sommerbad an, indem ich mir dann halt meine Substanzen, die ich dann in das Badewasser reinmache, zusammen sammle und immer dann teilweise eineinhalb, zwei Stunden in der Badewanne liege und einfach nur abfließen lasse und denke mir, macht ihr mal, kümmert ihr euch mal, ich muss mal kurz Pause machen. Und dann dürfen die halt irgendwie den Job übernehmen, mir das Zeug abzutransportieren und ob das dann Salz ist, ob das Sohle ist, ob das die Aura Soma Essenzen ist, ist vollkommen egal, dann sage ich einfach so, ich habe jetzt nichts zu tun, ich bin jetzt hier Beifahrer, bitte macht mal. Und meistens gehe ich danach raus mit dem Gefühl, dass wirklich Dinge einfach sich schlichtweg verdemisiert haben oder abgetragen wurden und danke dann meinen Begleitern, Energien, Geistwesen, Höheren Wesen, Spirits, wie man das nennen mag, dafür, dass sie mir gerade meinen Job abgenommen haben. Loslassen, abgeben, ist eine ganz praktische Übung, man muss nicht immer alles selber machen. Ich kann es bezeugen, du bist ein Mensch, der eine unglaublich positive Ausstrahlung hat. Ich muss sagen, immer wenn ich hier reinkomme, auch, ich bin jetzt zum dritten Mal, zum zweiten Mal hier, genau, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwo daheim, zu Hause. Irgendwie hat dieser Raum auch eine erhöhte, positive Energie. Und ich nehme auch an, es kommt nicht von ungefähr. Hast du denn eine Morgenroutine eigentlich, der du folgst? Nee, habe ich nicht. Ich habe vor allen Dingen so einen Menschenverstand. Also wenn ich merke, dass irgendwas nichts ist, wie ich es mir vorstelle, dann ändere ich es. Also diese, ich habe vielleicht auch meine kleinen Rituale. Ich laufe sehr gerne zum Büro. Also Laufen ist für mich eines meiner, vielleicht auch Hauptbetätigungen, wenn ich mich irgendwie wieder einfangen möchte. Aber ich versuche einfach, möglichst viele Sachen zu machen, die sich in mein normales Leben integrieren. Frühstücke jeden Morgen. Ich versuche jeden Morgen, meine Kinder in Ruhe zu sehen. Ich versuche, den Tag tatsächlich immer halt vorzustrukturieren. Ich habe einfach eine Idee von Wohlwollen, von Zusammensein, von Gemeinschaft, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass wenn Menschen sich konstruktiv miteinander verhalten, dass einfach die Dinge wesentlich runder und einfacher laufen. Und ich weiß auch, dass das nicht immer funktioniert. Ich bin da auch nicht frei von. Ich habe auch genug Momente, wo ich dann auch ausflippe und irgendwie... Na Gott sei Dank. ...ich müsste Sachen durch die Gegend schmeißen. Aber das ist eben halt die Idee von Leben. Also Leben hat halt eine Eigendynamik. Und wenn ich dir Raum gebe, also wenn ich einfach sage, ich lasse das mal laufen, ich lasse mal diesen Flow tatsächlich kommen und gucke mal, was dann mitkommt und versuche mich nicht dagegen zu stemmen, indem ich jetzt selbst nicht dagegen meditieren oder dagegen versuche, mich gesund zu ernähren, sondern einfach nur das kommen lassen, was gerade wirklich da ist. Wenn ich Lust habe, morgens zwei Kaffee oder drei zu trinken, trinke ich halt drei Kaffee. Dann habe ich vor allem Tag irgendwie einen Flatterring, aber dann habe ich halt in dem Moment das Gefühl, das passt jetzt irgendwie. Keine Dogmen. Also keine Dogmen zu haben ist für mich einer der wichtigsten Dinge, um diesen Zustand auch zu halten. Immer wieder neu zu fragen, wie geht es mir denn gerade? Wie soll es denn heute sein? Muss es wieder so sein wie gestern? Nee, ich kann heute wieder was verändern. Und ich nenne das immer Progressive Identity. Also die Fähigkeit, sich jeden Tag neu zu fragen, will ich wirklich so sein? Oder kann ich irgendwas noch verändern? Möchte ich noch was verändern? Möchte ich irgendwas tun, dass ich mich wohler fühle oder dass ich mich in dem, wo ich mich gerade befinde, einfach mehr mich selbst fühle? Mein Vater hat immer gesagt, in leicht abgewandelter Form, so die Veränderung ist die Lust des Lebens auf sich selbst. Ja, so ungefähr. Wirklich spannend. Ich wollte jetzt noch auf ein Thema gehen, das wir vorhin, du hast es schon in der Hand. Was ist das? Das ist eins meiner zahlreichen Pendel und das ist eigentlich durch auch wieder so ein Zufall entstanden. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich zu einer Zeit, wo ich tatsächlich sehr gestresst war, dass viele von meinen eigentlichen Intuitionen überlagert waren von Meinung, von Haltung, von Stress, von all diesen Dingen und dass irgendwo, ich immer gesagt habe, darunter muss es irgendwo eine Ebene geben, die frei davon ist und die mir irgendwie Informationen geben kann, an die ich aber nicht immer rankomme, weil ich vielleicht geradezu beeinflusst, gestresst oder unter irgendwelchen Situationen festgesteckt habe. Also habe ich mir irgendwann mal etwas in die Hand genommen, selber gebastelt, eine Kette, die ich oben hängen hatte, habe mich gefragt, vielleicht kann ich ja pendeln und habe dann einfach nur gefragt, was ist denn mein Ja, was ist denn mein Nein und daraus entstand eben halt dann, dass ich tatsächlich inzwischen jeden Tag zwei, drei Stunden sitze und bestimmte Dinge zusammen pendle und inzwischen einfach mit so viel unterschiedlichen Arten von Antworten ausgestattet bin, dass ich tatsächlich eben halt dieses Instrument häufig nutze, wenn ich tatsächlich eine Unsicherheit spüre und ich genau weiß, ob ich mich jetzt so oder so entscheiden soll. Also wenn die Intuition nicht so klar ist, dass ich halt wüsste, wie ich mich jetzt konkret zu verhalten hätte, dann frage ich das Pendel und das hat dann irgendwie so weit Raum gegriffen, dass immer mehr Menschen kamen und sagten, so Klaus, kannst du nicht mal. Und das ging die letzten Jahre jetzt so bis hin zu, dass ich halt Freunden, die halt Unverträglichkeit gegen Kosmetika haben, ihre Kosmetika auspendle, Leute, die wissen wollen, wie ist ihr Vitamin-B-Spiegel im Blut oder D3, sage ich halt eben, dann versuche ich das auszupendeln, gebe halt dann das, was ich sehe, was ich Informationen bekomme und sage aber bitte bedenke, ich habe das ausgependelt, das ersetzt jetzt nicht, dass du das vielleicht nochmal nachprüfen müsstest, aber das Erstaunliche ist halt wirklich, dass sich in den allermeisten Fällen eben halt diese Zahlen bestätigen und dann hat irgendwann das Ganze eben halt so weit Raum gegriffen, dass ich angefangen habe, wirklich Messwerte zu pendeln und habe dann angefangen, Wassermesswerte zu pendeln und habe angefangen, mich mit Themen zu beschäftigen, wo ich halt einfach mir selber nicht mehr vorstellen konnte, dass es einen Leer gibt, der mir da eine Information gibt, die tatsächlich passt und habe dann ganz abenteuerliche Sachen da auch gemacht, an denen ich auch wirklich manchmal selber nicht wusste, wie ich dazu stehen soll, weil einfach das Ganze so abgefahren war, weil die Ergebnisse so genau gestimmt hatten und dann selber auch in so eine Euphorie gefallen, weil ich es selber nicht glauben konnte, mich einfach mitgefreut habe. Was für Messwerte zum Beispiel? Also zum Beispiel ging es um Wassermesswerte, da ging es also um die Bovis-Energie-Werte von Wasser. Man hat ja ungefähr so eine Messwert-Skala, wo sich die Bovis-Energie, das ist eine Energieeinheit für Eigenenergie von Dingen. Also man sagt, ich glaube, bei 6.500 Bovis beginnt eben halt ein Lebensmittel, zum Beispiel erst Energie zu geben. Davor ist es eben halt eins, was Energie nimmt. Also man braucht 6.500 Bovis, um überhaupt Vitalenergie zu spüren oder zu bekommen und wenn man dann so ein Toastbrot pendelt, hat man eben halt 4.500 Bovis und wenn man eben halt dann Avocado pendelt, hat man 12.000 Bovis. Also dann habe ich angefangen, verschiedene Heilwässer zu pendeln und habe halt dann erst mal gemerkt, dass die ganz unterschiedlich waren und habe halt dann irgendwie versucht, mich durch unterschiedliche Wasserqualitäten durchzupendeln und habe dann versucht, rauszukriegen, wie die Zusammenhänge zwischen Wasserwiderstandswerten, Wasserleitwerten, Anteil feinstofflicher Strukturen und so weiter aussieht und wie sich das eben halt mit diesem Energiepotenzial von diesen Wässern verhält und da wurde jemand darauf aufmerksam, der das für seine eigenen Zwecke gut genutzt hat oder gut nutzen konnte und da habe ich dann gebeten, halt für ihn mal ein paar Tests nachzupendeln. Das habe ich dann auch gemacht. Wie muss man sich das vorstellen, dass, sagen wir mal, du hast eine Flasche Wasser und sollst das auspendeln? Also ich habe mir für diese Zwecke, du kannst es jetzt hier sehen, das kann man natürlich jetzt nicht hören, aber ich kann ja mal so laut blättern, dass man es auch hören kann. Ich habe also ein Pendelbuch und in diesem Pendelbuch gibt es eben halt unterschiedliche Skalen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Skala, da geht es um Vitalenergie, da habe ich das, hier sieht man auch das vorhin beschriebene, die Unterschiede zwischen einem Genussmittel und einem Lebensmittel und einem, ich kann das ohne Brille nicht lesen, also Energiegebenden. Und wenn ich jetzt hier sage, ich würde gerne mal wissen, wie viel hat denn jetzt zum Beispiel ein Weißbrot, Toastbrot, dann sieht man eben halt, das Pendel bewegt sich irgendwo in die Richtung 1000. Das heißt, man kann hier schon mal davon ausgehen, dass die Energie dieses Brotes einem unter Umständen nicht wirklich energetisch helfen kann. Wenn ich jetzt aber mal frage, was hat denn zum Beispiel eine Avocado und sehe dann halt eben, dass das Pendel einen ganz anderen Ausschlag macht und hier halt eben schon in Richtung dieser vorhin beschriebenen 11.000 bis 12.000, wo es geht und man weiß jetzt eben halt schon, dass vermutlich diese, Du denkst dann nur sozusagen an die, ich verbinde mich einfach nur mit diesem Gegenstand. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was ich mache. Ich denke Avocado oder ich denke immer Weißbrot und das Pendel gibt mir eine Information. Aber zum Beispiel das Wasser, wenn du sagst, du hast verschiedene Wasser, Wasser ist ja erstmal Wasser, aber musst du einen gewissen Bezug zu In dem Fall habe ich die Heilwässer direkt in der Hand gehabt. Also ich habe mir Flaschen gemacht und habe diese Heilwässer reingepackt und habe dann in einem Fall halt eben auch von einer Abfüllung verschiedene Heilwässer gehabt, weil eben verschiedene Personen diese Heilwässer abgefüllt haben und habe dann angefangen, mir wurden halt dann Kisten zugeschickt, wo unterschiedliche Personen diese Wasser abgefüllt hatten, ohne dass man mir gesagt hat, welche welche sind und ich habe die dann auseinander dividiert und gesagt, das ist von der einen Person, das ist von der Person, das ist von der Person, weil die so klar unterschiedliche Ergebnisse hatten und das stimmte halt und das war für mich natürlich dann schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh wow, hier passiert gerade irgendwas, was du dir nicht vorstellen kannst. Da kann ich dann auch keine Erklärung mehr liefern. Ich habe einfach nur Ergebnisse und ich vertraue diesen Ergebnissen und das ist, glaube ich, für die Pendelarbeit das Wichtigste, dass man entweder dem folgt, was das Pendel einem sagt oder nicht. Wenn man Ergebnisse hat und folgt dem nicht, dann hört das wieder auf. Das ist meine Erfahrung. Dann kann ich tagelang nicht pendeln. Also wenn ich jetzt eine Frage stelle, soll ich lieber so oder lieber so und ich folge dem nicht, dann ist das Pendel, ich würde fast sagen, sowas wie eingeschnappt. Das heißt, ich bekomme dann keine klaren Informationen mehr. Und so habe ich halt eben dann über die letzten Jahre in vielen Stunden natürlich alles Mögliche durchgependelt, von meinen Rasoma-Essenzen bis hin zu Unternehmenskonstellationen und so weiter, also kreuz und quer und herausgefunden, dass alles eben halt eine eigene energetische Sprache hat, dass alles irgendwo sich abbilden lässt und verlasse mich tatsächlich mittlerweile sehr auf diese Pendelarbeit. Zumal das eben halt auch in meiner Arbeit des geistigen Heils eine große Rolle spielt, wenn man nämlich die drehrichtenden Schakren damit auspendelt, um halt zu sehen, wie bewegten sich die Energien. Was man dafür nimmt, ist vollkommen egal, das ist halt wirklich Geschmackssache, also man kann halt wirklich einen Faden nehmen und einen Stein dranbinden, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bevorzuge halt eine bestimmte Art von Pendeln, weil die halt eine bestimmte Art von Anzeigemöglichkeit auf diesen Pendelboards Pendelboards und diesen Pendelskalen halt haben, um es wirklich genau zu sehen. Besonders, wenn es dann auch um Blutwerte oder auch Wasserwerte geht, ich finde das enorm spannend und wenn dann es wirklich stimmt, ich würde dich unglaublich gerne mal meinen Vitamin-D-Wert auspendeln lassen. Das würde ich gerne gleich tun. Das ist ja spannend. Du meinst nach der Episode? Alles klar, dann werde ich, obwohl ich glaube, ich weiß meinen sogar, also ungefähr. Ja, wenn ich irgendwas gelernt habe, dann sollte man versuchen, all diese Dinge, die man irgendwo ernst nimmt, das gilt also sowohl für die Atmerei als auch für die Heilarbeit, als auch für die Aurasoma-Arbeit, als auch für das Pendeln, nicht performativ zu betreiben. Das sind also keine Shows, das ist nichts, was man irgendwo vorführt, um irgendwie so ein Kuriosum zu präsentieren, sondern man sollte das mit einer bestimmten Ernsthaftigkeit machen. Und ich kann nur sagen, Fehler passieren immer dann, wenn man versucht, vom Zehn-Meter-Turm zum ersten Mal den dreifachen Salto vor Publikum zu machen, anstatt das für sich zu machen, sich daran zu freuen, dass es funktioniert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich jetzt hinsetze und anfange für dich was zu pendeln, dass ich halt anfange, zu sehr rein zu interpretieren und dass dann Sachen rauskommen, die weder mir noch dir eigentlich gefallen. Deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, dass man diesen Sachen einfach auch diesen Raum der Ernsthaftigkeit gibt. Und das gilt für die Atmung auch. Wir haben ganz oft Anfragen, dass Menschen sagen halt, Mensch, kannst du nicht mal auf meiner Party oder meinem Geburtstag oder meinem sowieso so eine Atmung machen? Und ich sage, nee, weil die Menschen, die kommen, wissen nicht, dass sie das tun. Das heißt, wenn die alle kommen und sagen, du Mensch, ich möchte das gerne mal machen, dann machen wir das gerne. Aber wir machen das nicht als... Das ist kein Zirkus. Nee, das ist kein Zirkus, das ist keine Kabarettshow. Nee, und das vor allem, es geht ja auch um... Ich meine jetzt, das ist ein, ich würde sagen, unverfänglicher Blutwert, aber trotzdem Blutwert ist auch etwas sehr Persönliches, wie du schon sagst. Und genauso die Emotionen oder auch die Probleme der Leute. Und deswegen finde ich auch, es muss ein gewisser, eine Sicherheit bestehen, dass das ein geschlossener Raum ist, dass man sich auch wohl aufgehoben fühlt. Das ist für mich auch enorm wichtig, wenn ich dann eben mich auch total hingeben will zu einer Atmungssession. Also Heilarbeit ist Diskretion. Ganz viel Diskretion. Und wenn jemand was über sich äußern möchte, kann er das gerne tun. Aber derjenige, der ihn dabei unterstützt, sollte tun, die es darauf achten, dass er alles, was er weiß, für sich behält. Und da rede ich jetzt nicht von ärztlicher Schweigepflicht, sondern ich rede einfach auch davon, dass Dinge sich dann wirklich am besten entfalten können, wenn derjenige selbst damit umgeht. Weil das ist nicht meins. Dein Vitamin-D-Wert ist dein Vitamin-D-Wert, nicht mein Vitamin-D-Wert. Ich kann dir gerne zeigen, was mein Panel dazu sagt, aber das geht mich nichts an. Und noch weniger geht es, wird ein Dritter an und so weiter. Und da sollte man eben halt einfach darauf achten. Das gilt für alle diese Dinge. Ja, den finde ich echt super. Klaus, ich möchte dich jetzt noch, ich finde, wir haben schon wahnsinnig viel mitgenommen. Wir haben jetzt über Lichtatmung und Farbentherapie und verschiedene Quintessenzen und Hyperventilieren und Schamanismus. So viele Themen. Ich glaube, Leute können so viel mitnehmen. Ich hatte jetzt noch ein paar Fragen, vielleicht umsetzbar zum Beispiel. Mich würde interessieren, was ist denn ein Buch, das du oft herschenkst? Gibt es eins? Erstaunlicherweise. Ich habe zwei Bücher, die ich oft herschenke. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber die haben mich tatsächlich in meiner Entwicklung am meisten bewegt und die haben mit dem, was ich eigentlich heute mache, am wenigsten zu tun. Das eine ist von Dirk Becker, das Buch zum Thema post-heroischen Management. Ein von mir hochgeschätzter, ich sage jetzt mal etwas saloppe, Wirtschaftsphilosoph. Das kann ich jedem, der sich mit der Frage nach dem, wie gehe ich eigentlich mit mir und Menschen und Situationen, auch in Unternehmen zum Beispiel um, kann ich das durchaus empfehlen. Und ansonsten habe ich am häufigsten das Buch von Haruki Murakami, Hardboiled Wonderland, verschenkt. Auch das hat im weitesten Sinne mit schamanischen Themen zu tun, auch wenn das diejenigen, die jetzt Murakami wirklich gut kennen, vielleicht nicht sofort irgendwo sehen, aber dieses Buch wollte immer wieder verschenkt werden. Und immer, wenn ich heute daran denke, dann poppt das immer wieder für mich auf. Ansonsten tatsächlich eben halt, wir besitzen eine riesige Bibliothek und viele von den Büchern habe ich nie gelesen. Die kommen hier an, ich kaufe die und verschenke sie weiter und dann erzählen mir die Leute, was sie von dem Buch gehalten haben. Weil ich habe ein gutes Händchen dafür, Sachen zu kaufen, meist nicht für mich selbst, meistens zum Verschenken. Und irgendwann kommt dann der oder diejenige und sagt halt eben, Mensch, ich habe da irgendwie so ein Thema. Da habe ich was für dich. Und so wechseln dann diese Bücher halt eben den Inhaber oder die Inhaberin und kommen dann eben halt in Form von Menschen, die sie dann dieses Themas angenommen haben, zurück. Und das finde ich tatsächlich eine wertvolle Sache. Das finde ich ein super Tipp. Also dadurch, zum einen, man liest sozusagen ein Buch durch eine andere Person und hat noch was davon und schenkt der Person auch etwas. Also das finde ich super. Das ist sehr vor allen Dingen. Also man, ich kann nicht alle Bücher lesen, die ich hier habe. Kann ich einfach nicht. Aber ich möchte sie trotzdem besitzen und habe das Gefühl, dass sie bei anderen Leuten meistens sehr gut aufgehoben sind. Das ist auch immer so ein Thema in unserem Segment, weil immer die ganzen, also jeder liest das gleiche Buch und dann tauscht man sich über dasselbe Buch aus. Eigentlich viel interessanter, genau sowas zu machen, verschiedene Bücher zu lesen. Es ist nur Wissen. Also man muss sich da auch nochmal klar werden, dass es sich hierbei nur um Wissen handelt. Und das Einzige, was einem wirklich nachher dann als Anwendbares zur Verfügung steht, ist Erfahrung. Das heißt, also ich muss dieses Wissen nehmen und anwenden. Und ob ich das Wissen auf dem Weg des Buches zu mir bekomme oder weil ich mich mit Menschen intensiver beschäftige, die mir wiederum ihr Wissen weitergeben und ich es dann mit denen gemeinsam anwenden kann, ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist eben halt, dass ich das daraus mache. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich dieses Buch gelesen habe oder dieses Buch besitze, sondern was mache ich denn jetzt damit? Und da gibt es diesen schönen Spruch von Alexis Sorbas aus dem Kazansakis-Buch Alexis Sorbas, wo er immer sagt, er fragt Menschen immer, was sie mit ihrem Essen machen. Also wenn du jetzt gegessen hast, was machst du denn jetzt, da du essen konntest? Also was tust du jetzt damit? Gehst du raus und hilfst anderen Menschen oder was tust du jetzt eigentlich? Und so würde ich auch immer fragen, ja, was machst du denn jetzt damit, dass du dieses Buch gelesen hast? Was passiert denn jetzt daraus? Was entsteht denn jetzt daraus? Was tust du damit? Top! Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Klaus, weil ich glaube wirklich, wir haben enorm viel mitgenommen hier. Und zwar die letzte Frage ist, wenn jetzt die Leute, die zugehört haben, Gedächtnisprobleme haben und sie können sich nur an eine Sache erinnern, die du ihnen sagst, was wäre diese eine Message? Also mein Lieblingsthema ist, dein größtes Defizit ist wahrscheinlich dein größtes Potenzial. Es ist nur ein falsch angewandtes Potenzial. Das steckt in all dem drin, was ich jetzt erzählt habe, weil wenn wir arbeiten, geht es hauptsächlich darum, dass wir Menschen mit Dingen in Verbindung bringen, vor denen sie Angst haben, die sie als ihre nachteilige Seite ansehen. Aber meistens sind Dinge, die sie als nachteilig ansehen, nur falsch angewandte Superpowers. Und das heißt Erkundung. Geh bitte auf Erkundung und krieg raus, ob das, was du da als ein Makel oder als ein Defizit ansiehst, nicht in einem anderen Zusammenhang aber einen Riesenvorteil darstellt. Also dieses Erkunden, dieses sich darauf einlassen, sich auch mit diesen Themen wieder zu beschäftigen und nicht zu versuchen, sich Superpower zu kreieren, nur weil man glaubt, die müssten so oder so sein, darin liegt eine Riesenchance, weil das hast du bereits. Alle Sachen, die du in deinem Leben mehr als 10.000 Stunden gemacht hast, darin bist du Profi. Und viele Menschen haben halt Traumata, Probleme, vermeintliche oder Marke von mir aus auch, mit denen sie sich schon mehr als 10.000 Stunden beschäftigt haben, darin sind sie Vollprofis. Und wenn sie jetzt noch rauskriegen, wie ich die anwenden kann, und die Schamanen sagen halt auch, Trauma verpflichtet, dann hast du auf einmal eine Möglichkeit, aus dem gefühlten Nachteil einen Riesenvorteil, mindestens für andere, aber damit auch für dich zu machen. Klasse, ich lasse es jetzt einfach so stehen, es war wunderschön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Echt super und ich freue mich total, das unseren Followern zu zeigen. Danke dir.